Musik Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend am Sabbat, Beginn 16. November, Freitagabend oder Samstagnacht, wie man ja eigentlich schon sagen sollte, habe ich mich hier eingefunden mit zwei wunderbaren Brüdern in Christus, die alle beide schön warm in Deutschland sitzen. Der eine in Hamburg, der andere irgendwo an der Grenze mit Holland. Der eine heißt Michael, der andere heißt Viktor und wir haben uns hier eingefunden, um heute die 14. Lesung zu machen aus dem wunderbaren zweiten Band von Karl Theodor Gresingers Buch über die Jesuiten und ihre Wirksamkeit und die Wirksamkeit des Ordens vom Beginn des Ordens bis jetzt. Das ist dann etwas über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus. Und ich kann euch sagen, ich habe schon mal so ein, zwei Seiten heute vorschmökern können und mich ein wenig vorbereiten können. Es wird eine tolle Lesung. Es wird ein tolles Kapitel. Echt wahr. Kann ich euch versichern. Und bevor wir da jetzt reingehen, natürlich möchte ich gerne erstmal meine Gäste begrüßen. Einen wunderschönen guten Abend und einen gesegneten Sabbat nach Hamburg, mein lieber Bruder Viktor. Herzlich willkommen zur Sendung. Hallo, moin moin und dir auch und beziehungsweise euch auch einen schönen gesegneten Sabbat. Passend dazu jetzt gerade hat sich auch das Nachtlicht auch blicken lassen, sternklarer Himmel. Und ja, ich bin auch sehr gespannt wie du, was uns in der kommenden Stunde der Wahrheit offenbart wird. Ich fand auch die letzten Lesungen so interessant. Es ist ja auch gerade, sage ich mal, für jemanden wie mich, der auch immer in Anführungsstrichen dazu motiviert wurde, so diesen Hochschulweg einzuschlagen. Und wenn man jetzt natürlich auch rausfindet oder, sage ich mal, die Information jetzt ans Licht kommt, wie denn auch diese Universitäten und Kollegien, wie sie sich alle nennen, wie die alle strukturiert sind und nach welchem Schema dort dann die Theologien oder beziehungsweise der Lehrstoff dort den Schülern eingetrichtert wird und danach trachten und leben wir natürlich dann auch. Und heute ist das natürlich für mich auch wirklich so, wenn ich zurückblicke, auch dann so eine Kehrtwende, dass ich sage oder beziehungsweise auch so froh bin, dass ich jetzt nicht so sehr mich auf diesen Weg so vertieft habe, dass ich jetzt noch die Möglichkeit habe, auch diesen schmalen Pfad zu bewandeln. Ja, und damit möchte ich das Wort gerne weitergeben an Bruder Michael. Ja, vielen Dank, Viktor. Ich habe mich heute auch hier eingefunden zur nächsten Lesung des Buches Die Jesuiten, der vollständigen Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis 1866 von Karl Theodor Griesinger. Ich habe geübt und ich freue mich heute Abend, dass es ja mal weitergeht. Mir wurde Sex and Crime versprochen und ich schaue jetzt einfach mal, was passiert. Sex and Crime. Ich fange an mit dem Vorlesen, wie das neue Kapitel heißt. Wir sind jetzt, das fünfte Buch haben wir abgeschlossen. Also der Karl Theodor Griesinger hat seine Arbeit in zwei Bänder unterdreht und das erste hat drei Bücher, vier Bücher, Entschuldigung, und das zweite hat fünfte, sechste und siebte Buch und wir sind jetzt im sechsten Buch. Das heißt Die Herzensgüte der Jesuiten. Das darf man natürlich mit dem gewohnten Sarkasmus des Karl Theodor Griesinger verstehen. Oder die Erlaubnis zu Mord und Totschlag. Und da hatten wir ja schon ein klein wenig drüber im letzten Kapitel gesprochen. Aber anfangen tun wir mit einem wunderbaren kleinen Gedicht, das ich mir zur Erleichterung, dass ich es etwas leichter lesen kann, hier in lateinische Buchstaben aufgeschrieben habe. Und es lautet wie folgt. Hierher, ihr Herrn und Obrigkeit, hierher, beruft euch die Wahrheit und stellt euch an des Tages Glanz den jesuitisch Mummenschanz, ihr Gleißnerei und Heuchelei, ihr gottlos Fuchsschwänzerei, ihr Fürstenmord und Tyrannei, all ihrer Laster Teufelei. König Heinrich sei der Welt all hier zum Spiegel vorgestellt, Was diese Sekte mit ihm gespielt, ist gleichfalls auch auf euch gezielt. Darum glaubt es nur und seht euch für, die Quar euch ruhet vor der Tür. Kein Treu noch Glauben zu der Frist bei diesen Jesuiten ist. Ihr Jugend, sie reizen fort und fort, zu der Könige und Fürsten Blut gemorrt. All Martha sie verachten tun, all Peins haltens vor Spott und Hohn, meinen, dass in des Himmels Thron ihnen wird gegeben, großer Lohn, wenn sie einen Fürstenmord vollendt. So beginnt das sechste Buch, das erste Kapitel. Das erste Kapitel hat den Titel Jesuitische Attentate in Deutschland. Und deswegen denke ich, werden unsere Zuhörer und Zuschauer in diesem Video ihre Ohren mal spitzen und ihre Augen anschärfen, wenn sie dieses Video sehen und hören, was wir hier vorzulesen haben. Denn Jesuitische Attentate in Deutschland ist etwas, wo wird sonst nicht allzu viel drüber gesprochen. Ich habe auch nur knapp zwei Seiten reingelesen und ich kann euch sagen, das hat mich schon mal sehr inspiriert. Deswegen auch gerade eben die Lesung so schön. Naja, gut, fangen wir bitte schön an. Erstes Kapitel im sechsten Buch von Karl Theodor Griesinger, Jesuitische Attentate in Deutschland. Im dritten, vierten und fünften Buch habe ich zu zeigen versucht, wie es kam und notwendig kommen musste, dass fast die ganze katholische Welt und zwar die der Priester wie die der Laien einen Abscheu gegen die Söhne Loyolas fasste und infolgedessen nichts lieber gesehen hätte, als deren Vertreibung aus ganz Europa. Allein die Erfüllung des letzteren Wunsches schien eine unmögliche, dieweil die genannten Patris nicht bloß fortwährend Rom und den Papst, sondern auch alle regierenden katholischen Fürsten beherrschten. Genauso wie es in Offenbarung 17, Vers 2 beschrieben steht. Die Fürsten, die Könige dieser Welt, betrieben Hurerei mit der Hure von Babylon. Doch siehe da, mit dieser Herrschaft an den europäischen Höfen sollte es eine eigentümliche Wendung nehmen, eine Wendung, welche kluge Leute schon lange voraussehen konnten, von der aber die Jesuiten selbst auf langjährige Erfahrungen gestürzt hofften, dass sie nie eintreten werde. Es sollte nämlich soweit kommen, dass die Beherrscher der verschiedenen europäischen Staaten sich überzeugten, wie ihre eigene Existenz, ihr eigenes Leben durch die Sozietät Jesu gefährdet sei und wie ihnen deshalb, wenn sie fernerhin noch ruhig schlafen wollten, nichts anderes übrig bleibe, als der beklagten, furchtbaren Sozietät mit Gewalt ein Ende zu machen. Freilich gar schnell kamen die hohen regierenden Herren gar nicht zu jener Überzeugung, sondern die meisten von ihnen brauchten lange, sogar sehr lange dazu. Aber gleich viel. Sie fassten doch endlich den Entschluss, dem Jesuitismus zu Leibe zu gehen und meine Aufgabe ist es nun, die Gründe, von denen sie hierzu bewogen wurden, in einem historischen Überblicke dem Leser anschaulich zu machen. Im vorigen fünften Buche bewies sich, dass die Jesuiten in gewissen Fällen den Mord für erlaubt erklärten und dass sie sogar den Satz aufstellten, es sei Pflicht, seine Feinde ums Leben zu bringen, wobei Jesus Christus lehrt, es ist unsere christliche Pflicht, um unsere Feinde zu lieben, sobald man seine Ehre oder seine gesunde Existenz nicht auf andere Weise zu retten vermöge. Bei diesen alle Gesetze der Sittlichkeit mit Füßen tretenden Anschauungen blieben sie aber nicht stehen, sondern sie gingen noch viel weiter und behaupteten, es sei in gewissen Fällen erlaubt, selbst zum Fürstenmord zu schreiten. Ja, sie formulierten diese Behauptung zu einem moralischen Lehrsatz, welchen sie in ihren theologischen Lehrbüchern drucken ließen, so wie sie ihn auch vom Katheder herab ihren Schülern verkündigten und forderten nicht selten die Untertanen eines Monarchen geradezu auf, denselben, weil er des Throles nicht würdig sei, frisch weg mit Dolch oder Gift aus der Welt zu schaffen. Das ist eine Verleumdung, wird der Leser sagen. Oder wenn nicht, doch wenigstens ein Missverständnis, denn bis zu solch tollem Wahnwitz konnten sich die klugen Söhne Jolodas nicht versteigen. Ha, allein die Sache verhielt sich leider ganz so, wie ich sagte. Und zum Beweis dessen will ich nun die ersten und vornehmsten Mordtheologen der Sozietät Jesu selbst sprechen lassen. Und hier gehen wir in meine kleine Bemerkung rein. Das möchte ich mal eben sagen, die habe ich vorbereitet. Gleich sprechen wir weiter über Martin Beccan. Dann kommen wir in die Fußnote. Jetzt gehen wir in ein anderes PDF nochmal rein. Der letzte Satz oder einer in den letzten Sätzen lautete es hier, dass wir sprachen von Fürstenmorden. So auch vorher in dem Gedicht. Da hatten wir davon gesprochen, Könige und so weiter zu ermorden. Und genau darüber hatten wir letzte Sendung auch schon gesprochen. Und deswegen habe ich noch einmal den Schwur der Jesuiten hier geöffnet. Und wir können uns nochmal diesen ganz wichtigen Absatz im Eid der Jesuiten, in dem vierten Eid, den Eid der Professen, nochmal durchlesen, dass wir ganz klar verstehen, dass das, was viele Leute sagen, von dazu würden sich die Jesuiten niemals hinablassen. Nein, das würden die Jesuiten niemals tun. Fürstenmord, Königinmord, Präsidentenmord, Unglaublich, nein, 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 das ist alles nur eine Verschwörungstheorie. In dem Ritual ihres vierten Eides steht einer, der hält ein Banner hoch mit den Farben des Vatikanen Weißgelb und der andere ein schwarzes Banner mit einem Dolch und einem roten Kreuz über einem Schädel mit gekreuzten Knochen, der mit dem Wort I-N-R-I versehen ist. Darunter stehen die Worte Iostrum, Neca, Regis, Impius. Die Bedeutung dieser Worte ist nicht Jesus, Nazarener, König der Juden, sondern die Bedeutung ist, es ist gerecht, pietätlose und heretische Könige, Regierungen und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören. Nun, ich möchte euch mal eben ein Bild zeigen. Ich habe hier bei Inri sicher ein paar Bilder auf meinem Computer stehen. Unter anderem das, was die meisten Leute kennen. Weil Inri, was ist das? Das ist doch die Inschrift, die bei Jesus Christus auf dem Kreuz steht. Das steht doch für Jesus Christus, der Nazarener, Rex, Judea, König der Juden in Latein. Das steht doch so in der Bibel. Nein, meine Lieben, in der Bibel steht an mindestens zwei verschiedenen Stellen, ich meine, es sind zwei, dass eine Plakette auf dem Kreuz angebracht wurde, wo darin stand, Jesus, der Nazarener, König der Juden, aber es stand ausgeschrieben, nicht abgekürzt. Es stand ausgeschrieben in Hebräisch, es stand ausgeschrieben in Griechisch und es stand ausgeschrieben in Latein. Warum? Na ja, Jesus war Jude, also Hebräer, Hebräisch. Die Weltsprache damals war Griechisch, also Griechisch. Und die Römer sprachen Latein, also Lateinisch, in den drei wichtigsten Sprachen. Das steht so in der Bibel geschrieben. Das steht nicht in der Bibel, es stand eine Abkürzung auf dem Kreuz oder es standen vier Buchstaben auf dem Kreuz und Gott, unser Vater, ist nicht der Gott der Verwirrung. Wenn da vier Buchstaben gestanden wären, dann würde Gott uns das auch so mitgeteilt haben. Aber er teilt uns mit Nein, es standen keine vier Buchstaben, es standen die Sätze dreimal komplett in drei verschiedenen Sprachen komplett ausgeschrieben. Das ist die Wahrheit. Ob ihr sie glauben wollt oder nicht, die Wahrheit verändert sich deswegen nicht. Aber die Jesuiten behaupten natürlich, dass ihr, wenn sie das Wort Inri führen, und wenn es in der römisch-katholischen Kirche auf den Kreuzen steht, dass es da steht für Jesus, der Nazarener, König der Juden. Es steht in Wirklichkeit dafür, dass es gerecht ist, pietätlose, heretische Könige, Regierung und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören. Jetzt hört mal gut zu. Für die römisch-katholische Kirche, für die heidnischen, römischen Cäsaren, die damals regierten, war Jesus Christus ein pietätloser und ein heretischer König. Er war eine Gefahr für ihr Rechtssystem. Und deswegen war es für die Römer damals gerecht, Jesus Christus ans Kreuz zu nageln. Nicht die Juden haben Jesus Christus ans Kreuz genagelt, sondern die Römer. Und sie rechtfertigen das mit ihrer mentalen Reservation, dass es gerecht ist, pietätlos und heretische Könige, Regierung und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören. Und aufgrund dieses Mottos INRE haben die Jesuiten in der Geschichte ihrer Existenz viele, viele, viele Herrscher nicht nur beherrscht, sondern auch ums Leben gebracht. Und der bekannteste, der allerbekannteste, den jeder heutzutage kennt, ist John F. Kennedy. Ein weniger Bekannter auch aus Amerika, den auch viele kennen, aber wo sie keine Ahnung haben, dass er jesuitisch ermordet wurde, war Abraham Lincoln. Und es gibt noch viele, viele, viele andere Leute, die heutzutage vergiftet werden, also die zum Beispiel an einem zwischen Anführungszeichen Schlaganfall sterben oder an einem Herzanfall sterben, ja, ein, wie nennt man das, ein Herz, sag mal, wie heißt das denn in den Deutschen da? Stillstand? Heart Attack, ja, Herzstillstand, was weiß ich, Herz, da gibt es doch so einen spezialen Ausdruck, da komme ich jetzt nicht drauf. Herzinfarkt. Herzinfarkt, danke, ja, Schlaganfall, das wusste ich noch, das ist fürs Gehirn und ein Herzinfarkt, eben, Infarkt fürs Herz. Also, dann sieht es dann aus für die Außenstehenden, dass die Leute an einem Herzinfarkt gestorben sind. Oder sie werden ganz offen verselbstmordet, wie zum Beispiel Rainer Barschel damals oder wie der andere, wie hieß diese FDP-Politiker noch, der da Freude jaucht mit dem Fallschirm, Jürgen Mönnemann, genau, der mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug sprang und sich dann wunderte, dass das Ding nicht aufging und so viele andere, Saddam Hussein, den sie ermordet haben und Gaddafi und, also, ich will gar nicht anfangen, die alle aufzuzählen. Aber die Jesuiten rechtfertigen das ganz einfach mit ihrem Motto INRI. Es ist gerecht, pietätlose und heretische Könige Regierung und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören. Und alles ist pietätlos und heretisch, das gegen die Lehre der römisch-katholischen Kirche verstößt. Mit anderen Worten, wenn diese Leute die römisch-katholische Kirche daran hindern, um ihr Ziel zu erreichen, dann greifen die Jesuiten auf ihr anderes Motto zurück. Das heißt, der Zweck heiligt die Mittel. Ich möchte mal eben Kommentar zugeben, ich habe verschiedenste Bücher vor meiner großen Bibelforscherei sozusagen und auch mit dem mit dem Kanal Beiträgen hier von mir auf deinem Kanal ganz viele andere Bücher schon gelesen, unter anderem von Karl-Heinz Dechner zum Beispiel, das Herz des Grauen der Kirche. Und viele heutzutage Theologen, die sich von der römisch-katholischen Kirche distanziert haben oder diese halt einfach auch anprangern, stehen auf dem Standpunkt, dass sie sagen, würde Jesus Christus hier und jetzt wiederkehren, die römisch-katholische Kirche würde ihn sofort wiederkreuzigen wollen. Und aus dem Bereich des britischen Correctness kann man sagen, ja, denn Jesus Christus war nun mal halt einfach der erste christliche Fundamentalist. Und deswegen glaube ich halt, dass die Leute, dass die Situation sich allgemein in den letzten 2000 plus minus Jahren eben nicht verändert hat, sondern die Herrschaftskaste ist eigentlich noch dieselbe und im Endeffekt die Anzahl der wirklichen Jesus-Gläubigen ist auch immer noch marginal und deswegen haben sich eigentlich so die Verhältnisse über zwei Jahrtausende erstaunlicherweise nicht geändert. Stimmt. Dem kann ich nicht besonders viel hinzufügen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Und die Aussage, dass wenn Jesus Christus zurückkommen würde in Menschengestalt, so wie er beim ersten Mal kam, ähm, daher habe ich mich hier wieder nicht auf abwesend gestellt war. Das war jetzt nur die kleine Stelle noch aus der Bibel, aus der du vorhin gesprochen hattest. Ja, ist prima. Die werde ich dann auch gleich mal eben hier aufmachen, dann können wir die sehen. Ähm, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Jetzt habe ich hier meinen Faden verloren. Ähm, helft mir nochmal eben. Was habe ich gerade eben gesagt? Achso, ja, dass wenn Jesus Christus zurückkommen würde, dass sie ihn sofort wieder kreuzigen würden. Ähm, das tun sie. auch ohne, dass er wiederkommt. Sie tun es jeden Tag. In der Messe. In der römisch-katholischen Messe. Wenn sie die Eucharistie austeilen und wenn sie von den Leuten verlangen, dass diese Eucharistie in dem Sinne gefeiert wird mit dem, äh, Hokus-Pokus der Transsubstantiation, dass eben die, ähm, dieses Stück Brot durch die Worte des römisch-katholischen Priesters, Hokus-Korpus ene meum, verändert wird in den ganzen Leib und die Seele, das Fleisch und das Blut, die Göttlichkeit und die Menschlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Sie opfern ihn jeden Tag wieder und wieder. Von daher ist es nicht weiter schwer, die Raussage machen zu können. Wenn er wiederkommen würde, würden sie direkt wieder ans Kreuz nageln. Sie opfern ihn so jeden Tag wieder und wieder und wieder. Pilatus aber schrieb eine Überschrift, lesen wir in Johannes Kapitel 19 und heftete sie an das Kreuz und es stand geschrieben Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da steht nichts von einer Abkürzung, da steht nichts von I-N-R-I und jeder, jeder, der behauptet, ja, aber mit I-N-R-I ist genau das gemeint, Jörg, das kannst du doch nicht so genau nehmen. Jeder, der das behauptet, der nennt Gott einen Lügner. Entschuldigung, dass ich das so krass sagen muss, aber genau so ist es, ob es euch passt oder nicht. Ihr nennt Gott einen Lügner, wenn ihr die Bibel verdreht und wenn man sagt, es steht I-N-R-I auf dem Kreuz oder stand I-N-R-I auf dem Kreuz geschrieben, dann ist das das Wort Gottes verdrehen. Danke für den Link, aber trotzdem musste ich mich hier abwesend stellen, dass nicht noch ein anderer irgendwie im Chat stört. Ich vergesse solche Kleinigkeiten immer. Gut, Michael, das war ein sehr schöner Beitrag. Danke, Viktor, danke für den Link. Gibt es noch weitere Bemerkungen von euch, bevor ich weiterfahre in meiner Lesung? Nee, sonst gibt es ja wieder kein Schlusswort. Daher später. Das gibt es dann später noch. Und wie gesagt, jeder, der das jetzt nicht gut versteht, was ich hier gesagt habe, ich habe, weiß nicht, wie viele Videos habe ich gemacht? Zwei. Zwei Videos, knapp zwei Stunden, etwas über zwei Stunden, bin ich auf diesen ganzen Eid der Jesuiten, so wie ihr hier seht, alles aufgeschrieben, viele Dinge unterstrichen, hervorgehoben und so weiter. In einer Sendung von, zwei Sendungen von in total über zwei Stunden bin ich darauf eingegangen, dann schaut euch das auf meinem Kanal an. Gebt einfach nur Schwur oder Eid der Jesuiten in die Suchmaschine auf meinem Kanal ein und die Videos werden da auftauchen. Und wenn ihr den ersten Teil gefunden habt, ist ein Link zum zweiten Teil in der Beschreibungsbox des Videos drin. Das ist immer so, dass die Leute es leicht haben, ihre eigene Nachforschung anstellen zu können. Und dieses I-N-R-I, es ist gerecht, pietätlose, heretische Könige, Regierung und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören, da geht im Grunde alles das, was der Griesinger hier schreibt, drum. Nun, wir hatten gerade kennengelernt, dass hier jetzt auf den, im nächsten Satz lernen wir Martin Beccan kennen, oder Martin Beccan, das ist ein französischer Name, also Martin, der ein Werk verfasst hat, das heißt Opuscula Theologica. Ich habe mir das heute Nachmittag ein wenig rausgesucht im Internet und habe deswegen dazu einen weiteren Kommentar verfasst. Martin Beccan ist ein bekannter französischer Jesuit, der zwischen 1550 und 1624 florierte, war lange Zeit Professor für Philosophie und Theologie an den Kollegien seines Ordens. Er war ein Favorit bei Kaiser Matthias, der ihn in Wien festhielt und einen Einblick in den Eifer, mit dem er jene Politik unterstützte, deren Ende der Dreißigjährige Krieg war. Bei verschiedenen Gelegenheiten schrieb er gegen König Jakob den Ersten, das ist unser wunderbarer König, der uns die König Jakobus Bibel brachte, 1611, ja, König Jakob der Sechste von Schottland, der Erste von England, also King James, und er ging sogar so weit, besonders in seiner Kontroversie Anglikaner de Protestate Regis und Pontificus aus Meysen in 1612, um die Legitimität des Angriffs auf das Leben der Könige zu verteidigen. Genau hier geht es drum. Er ging sogar so weit, die Legitimität des Angriffs auf das Leben der Könige zu verteidigen. Das jesuitische Motto I N R I. Der römische Stuhl fand es klug, das Werk zu verurteilen. Seine Opus Gula Theologica enthält folgende Abhandlung. Und dann kommt ein weiterer Text. Übrigens, das habe ich mit Google Translator aus dem Englisch und ins Deutsch übersetzt, deswegen ist es nicht ganz so perfekt. Aber ich dachte mir, das wird reichen dafür, dass wir es verstehen. Und für diejenigen, die es wollen, bleibt der Link Studylight.org in dem PDF hier stehen. Und man kann sich das selbst raussuchen und ihr könnt mich darauf ansprechen, dann werde ich euch das zusenden. Ich weiß nicht, ob ich daran denke, das in die Beschreibungsbox des Videos reinzumachen. Aber wenn ihr sagt, Jörg, in der und der Lesung, auf der und der Seite, 193 hast du diese Bemerkung gemacht, schickt mir mal den Link bitte, dann gucke ich das gerne im PDF nach und tue das und könnt ihr das selber nachlesen. Oder ihr könnt es selbst recherchieren, was ihr über den Martin, oder Martin Bécan herausfindet. Der Autor sagt also, auf Seite 130 der Opuscula Theologica des Martin Bécan steht folgender Passus. Zitat Jeder Untertan darf seinen Fürsten töten, wenn der letztere sich des Thrones als ein Usurpator bemächtigt hat. Und die Geschichte lehrt daher auch, dass bei allen Nationen demjenigen, welche dergleichen Tyrannen getötet, die größten Ehren erwiesen worden sind. Aber auch, wenn er kein Usurpator, sondern ein rechtmäßig zur Krone gekommener Fürst ist, darf man ihn töten, sobald er seine Untertanen mit unbefugten Schatzungen beschwert, die richterlichen Ämter verkauft und tyrannischerweise zu seinen eigenen Vorteilen Verordnungen macht. Ende. Zitat Sobald er, das finde ich eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Teil dieses Satzes, mit unbefugten Schatzungen beschwert, wer bestimmt denn, ob etwas befugt oder unbefugt ist? Normalerweise der Fürst, der regiert, aber in diesem Fall ist es der Papst. Alles, was wir Christen an die Bibel messen, messen diese Leute gewissensmäßig, rechtmäßig, verstandsmäßig, moralmäßig an der römisch-katholischen Kirche und deren Moraltheologie oder der Moraltheologie der Jesuiten, was aber viel schlimmer ist, oder eben an dem Papst und nicht an dem, was Gott uns vorschreibt. Nun ähnlich schreibt Paul Comolito, ein italienischer Jesuit, in seinen Decisiones Morales, auf Seite 458, auf Seite 458, Zitat, an einem Sonntag, als er in Paris predigte, zum Text seiner Kanzelworte, die Stelle des Buches der Richter, wo erzählt wird, dass, wer ist denn das hier, Aot, das müsste ein A sein, das erste Wort, das Aot, den König der Moabiter tötete und rief mit nur zu deutlicher Beziehung auf den König Heinrich IV, Zitat, wir brauchen einen Aot, einen zweiten Aot brauchen wir, sei er Mönch, Soldat oder Schäfer, Ende Zitat. Auch sprach er im weiteren Verlauf seiner Predigt von dem besagten Könige als einem Nero, Moab, Holofernes oder Herodes und Herodes machte seinen Zuhörern die größten Vorwürfe darüber, dass sie einen falschen, neu bekehrten auf dem Throne ließen und meinte schließlich, die Krone könnte durch Wahl auf eine bessere und andere Familie übertragen werden. Mit solchen Grundsätzen stimmte der Pater Hermann Buchenbaum vollkommen überein. Ja, Buchenbaum, weiß ich nicht, ich kenne den unter dem Namen Buchenbaum, aber ist vielleicht ein zweiter in ein anderer hier gemeint. Also, mit solchen Worten oder Grundsätzen stimmte der Pater Hermann Buchenbaum vollkommen überein und in dessen Medulla Theologica Moralis ist eine förmliche Morderlaubnis gegen alle Beleidiger der Menschheit und des wahren Glaubens respektive des Feindes des Orns Jesu niedergelegt. Diese Moraltheologie des Pater Buchenbaum aber galt der ganzen Sozietät als ein unübertroffenes und unübertreffbares Musterbuch und zwar deshalb auf allen ihren Kollegien mit Guthheißung ihres Generals eingeführt. Nun möchte ich ganz kurz nur eine Frage stellen, da könnt ihr dann ein wenig drüber nachsinnieren, könnt das Video auf Pause setzen und dann mal kurz drüber nachdenken. Was ich hier gerade vorgelesen habe, eine Morderlaubnis gegen alle Beleidiger der Menschheit und des wahren Glaubens wobei wir hier vom römisch-katholischen Glauben sprechen, seht ihr hier wie der römische Katholizismus durch die Jesuitenlehre sich widerspiegelt in dem was ihr wahrscheinlich aus dem Islam kennt. Was ist denn da die Strafe, wenn man den sogenannten Propheten verleumdet? Deswegen sind römischer Katholizismus und Islam miteinander verwandt. An solchen Dingen kann man erkennen, dass der Islam aus dem römischen Katholizismus entsprungen ist. An solchen Dingen kann man erkennen, dass Islam nichts anderes ist als römischer Katholizismus für Araber. Immanuel Tsar führt der Autor fort, sagt in seinen Aphorismen beim Worte Klerikus Zitat Die Empörung eines Geistlichen gegen den König des Landes, in dem er lebt, ist kein Majestätsverbrechen, weil ein Geistlicher keines Königs untertan ist. Nein, er ist nur untertan des Papstes in Rom. Ebenso richtig ist, setzt er dann weiter hinzu, der Satz, dass jeder aus dem Volk einen legitimen Fürsten töten darf. Einen Tyrannen aber umzubringen, gilt sogar als verdienstlich. Tja, es ist eine verdienstliche oder eine löbliche Arbeit. Jesus Christus hat bereits gesagt, sie werden euch aus den Synagogen rauswerfen, sie werden euch verfolgen und sie werden euch töten und sie werden denken, dass sie Gott einen Dienst erweisen. Fast dieselben Worte brauchte Adam Tanner, ein in Deutschland sehr wohlbekannter und hochangesehener jesuitischer Professor und der nicht minder berühmte Pater Johannes Mariana, der zu Rom, Palermo und Paris dozierte, führt dies in seinem mit Approbation des Generals Aquaviva und unter dem Beifall der ganzen Sozietät erschienenen Buche der Rege weiter aus, wenn er sagt, Zitat, Es ist ein heilsamer, jedem Fürsten beizubringender Gedanke, dass sie, sobald sie ihre Völker unterdrücken und sich ihnen durch das Übermaß ihrer Laster sowie überhaupt durch die Nichtswürdigkeit ihres Vertragens unerträglich machen, dass sie dann überzeugt sein sollen, in einem solchen Falle würde man ihnen nicht bloß mit gutem Rechte den Tod geben, sondern es liege sogar Ruhm und Heldenmut darin, diese Tat zu vollbringen. Ende Zitat Auch der Pater Nikolaus Serrarius, ein italienischer Jesuit, spricht sich in seinem Kommentar zur Bibel auf ähnliche Weise aus und in Sonderheit braucht er bei der Beleuchtung des Todes des Königs Eglon durch Aort folgende Worte, Zitat, Mehrere Gelehrte denken, dass Aort wohlgetan hat und zwar aus dem Grunde, weil er von Gott getrieben gewesen ist. Ich aber sage, dieser Grund ist nicht der einzige, sondern es gibt noch einen anderen, nämlich den, dass eine solche Handlung gegen Tyrannen gerecht ist. Denn wenn ein Regent durch seine Art zu regieren beweist, dass er ein Tyrann ist, so kann er mit Recht von einem seiner Vasallen oder Untertanen getötet werden, abgesehen von dem ihm geleisteten Eide und ohne von irgendeinem Richter eine Sentenz, also ein Urteil oder Dekret zu erwarten. Ende Zitat. Noch deutlicher fast drückt sich der vielbekannte und gerühmte Ballermin, den Kardinal Ballermin, den kennen ja wohl alle aus der Mitte des 16. Jahrhunderts bis in das 17. Jahrhundert hinein lebende Verfechter der jesuitischen Zukunftstheologie zusammen mit Francisco Ribera. Dieser Ballermin, derselbe Ballermin, welcher auf das Verlangen der Jesuiten vom Papst unter die Heiligen versetzt wurde, aus wenn er in seinem Werke De Summa Pontificis Autoritate schreibt Zitat Es ist nicht Sache der Geistlichen oder auch der Mönche, die Könige durch Fallstricke zu töten und durch die souveränen Pontifexen sind es nicht gewohnt, die Fürsten auf diese Weise zu unterdrücken. Aber, wenn sie dieselben erst väterlich gewarnt haben, schließen sie sie von der Kommunion und den Sakramenten aus, also Exkommunikation, entbinden darauf, wenn es nötig ist, die Untertanen von dem Eid der Treue, wie sie das mit Heinrich IV. im 11. Jahrhundert getan haben, Gang nach Canossa, und berauben schließlich die Monarchen ihrer königlichen Autorität und Würde, worauf es dann anderen als den Geistlichen zukommt, zur Exekution zu schreiten. Ende Zitat Am allerklarsten aber lauten die Worte des von der römischen Kurie so überaus hochgepriesenen Werkes. Defensio Fidei Katholicae et Apostolicae, das heißt Verteidigung des katholisch-apostolischen Glaubens von den Jesuiten Suárez, das anno 1614 in Lissabon erschien. Das ist zufälligerweise dasselbe Jahr, wo die präteristische Lehre erschien von den Jesuiten von Louis de Alcazar auch 1614. Aber in diesem Buch Verteidigung des katholisch-apostolischen Glaubens heißt es, Zitat Es ist Glaubensartikel, dass der Papst das Recht hat, ketzerische und rebellische Könige abzusetzen. Nur ist ein vom Papste abgesetzter Monarch weder Königmehr noch legitimer Fürst. Weigert er sich aber vollends, dem Papste zu gehorchen, nachdem er abgesetzt ist, so wird er ein Tyrann und kann durch den ersten Besten getötet werden. Überhaupt ist es, wenn die öffentliche Wohlfahrt nur durch den Tod des Tyrannen gesichert werden kann, jedwedem erlaubt, denselben zu töten. Ende Zitat. Also, ein von der römisch-katholischen Kirche exkommunizierte Person ist, was wir in Deutschland nennen, vogelfrei. Und das kommt überein mit dem, was wir auch gelesen haben, in dem Direktorium Inquisitorum in Herrscher des Bösen. Wahrhaftig, mit deutlicheren Worten, kann man den Fürstenmord nicht lehren. Und das Parlament von Paris entsetzte sich auch so sehr darüber, dass es das Buch alsbald durch die Hand des Henkers verbrennen ließ, nämlich am 16. Juni 1614. Die Söhne Loyolas erklärten dagegen vor aller Welt, dass nie ein gelehrteres und der Furcht Gottes entsprechenderes Buch erschienen sei und dass daher, wer es angreife, die Kirche selbst angreife. Ja, von nun an schrieb gar kein jesuitischer Professor eine Moraltheologie oder etwas ähnliches, ohne die Suarez'sche Lehre zu adoptieren. Und viele, wie zum Beispiel die Patris Riba Denera, Comolet, Salmeron, Jakob Keller, Anton Santarell, Baptiste Boni, das müsste Y sein, ja, Boni, also Baptiste Boni, Jacques Hero, Johann de Castille, M. Escobar und Jakob Grezza und andere mussten ihn sogar darin noch, wussten ihn darin sogar noch zu übertreffen. Allein, wie konnte es auch anders sein? Man durfte nur in die Kirche des heiligen Ignaz zu Rom gehen und dort die Gemälde betrachten, mit welchen die vier Seiten der Kuppel geschmückt sind, so wusste man, welche Gesinnungen den Orden Jesu in Beziehung auf den Mord und insbesondere auf den Königsmord befiehlen. Auf der einen Seite nämlich sieht man die Jahel auf der einen Seite nämlich sieht man die Jahel, wie sie der Sifera, die bei ihr zu Gaste ist, einen Nagel durch den Kopf schlägt. Auf der anderen Seite zeigt sich Judith, wie sie vom Geiste Gottes getrieben dem Holofermes den Kopf abhaut. Auf der dritten kommt Simson, der die Philister Morden zum Vorschein und auf der vierten David, wie er eben den Goliath erlegt. Endlich in der Mitte der Kuppel erblickt man den heiligen Ignaz mit einer Glorie umgeben und mächtige Feuersäulen in alle vier Weltteile schleudernd, als müsste er alle Länder der Erde in Brand setzen. Nun aber frage ich, drückt sich hierin der Geist des Jesuitenordens nicht so deutlich aus, als er sich nur überhaupt ausdrücken konnte oder in anderen Worten liegt nicht in diesen Emblemen schon der Beweis, dass die Jesuiten mit sich in Widerspruch getreten wären, wenn sie eine andere Lehre aufgestellt hätten, als die es sei erlaubt, jedweden, der ihnen hindernd im Wege stehe und wäre er auch ein König, auf diese oder jene Weise aus der Welt zu schaffen. Doch bei der Lehre blieben die Söhne Loyolas nicht stehen, sondern sie gingen vielmehr, wo sie es nur irgend für geeignet hielten, sofort auch zur Tat über, wobei sie sich übrigens wie natürlich ganz nach der Eigentümlichkeit des Landes richteten, in welchem sie zu wirken hatten. So konnte es sie, um nun auf die Anwendung ihrer Mordlehre in den verschiedenen europäischen Staaten zu sprechen zu kommen, durchaus nichts nützen, wenn sie in Deutschland diesen oder jenen protestantischen Fürsten durch ihre Emissäre aus dem Weg räumten, denn sein Nachfolger war ja wieder ein Protestant und sie mussten daher in diesem Lande zu einer anderen Maxime greifen. Zu welcher aber griffen sie? Nun, sie schwangen einfach statt. Der Mordfackel, die Brandfackel. Das heißt, sie wussten auf alle Weise und durch alle Mittel den Hass der Katholiken gegen die Protestanten zu erzeugen, zu erhalten und zu schüren, bis er bald da, bald dort in helle Flammen ausbrach, damit die Letzteren, die Protestanten nämlich, gar nie zur Ruhe kämen und in der halben Verzweiflung endlich dem Katholizismus von selbst in die Hände liefen. Freilich war durch den Schlussakt des Dreißigjährigen Krieges der Frieden zwischen Katholiken und Protestanten hergestellt. Freilich war jeder Partei der ruhige Genuss ihrer Religionsfreiheit aufs Feierlichste garantiert. Freilich sehnten sich sowohl Katholiken als Protestanten nach diesem ruhigen Genuss und boten einander hierzu versöhnt die Hände. Allein, wie ganz anders dachten die Jesuiten darüber. Unter dem Bilde des heiligen Ignatz in seiner Kirche zu Rom stehen die Worte geschrieben. Das Feuer über den Erdkreis zu verbreiten, kam ich ins Dasein. Und was kann also mein sehnlicherer Wunsch sein, als dass die Welt in Flammen gerate? Das war das Motto Ignatii. Und dieses Motto nun, haben es die Söhne Leolas je verleugnet? Nie und nimmer. Denn wo Frieden und Eintracht herrschte, da war es aus mit ihrem Dominium. Und solches mussten sie doch um jeden Preis zu erhalten suchen. Auch das lesen wir im Eid der Jesuiten. Ich gehe dann noch mal ganz kurz drauf hinaus. Da steht es. Mal eben gucken. Hier. Dir wurde beigebracht, heimtückisch den Samen des Neides und des Hasses in Gemeinschaften, Provinzen und Staaten zu säen, die sich im Frieden befanden, sie zu blutigen Taten zu animieren, in gegenseitige Kriege zu treiben und Revolutionen sowie Bürgerkriege in Ländern anzuzetteln, die unabhängig und wohlhabend waren, Kunst und Wissenschaft kultivierten, und zwar richtige Wissenschaft, keine Pseudowissenschaft und die Segnungen des Friedens genossen. Genau das, was wir hier in dem Eid der Jesuiten lesen, lesen wir auch hier in dem Buch von Griesinger. Da war es aus mit ihrem Dominium und solches mussten sie doch um jeden Preis zu erhalten suchen. Also, die Kirche kann ihre Agenda nur vorantreiben in Kriegszeiten, in Friedenszeiten passiert gar nichts. Und deswegen haben wir auch immer irgendwo auf der Welt immer irgendwo Krieg. Kommentar. Bitte, Michael. Regimini militantis Ecclesia. Ja. Natürlich. Das Motto der Jesuiten, die Kirche im Krieg, oder das Regime, militante Regime der Kirche. Und damit halt eben das Gegenteil von Friede, Freude und Eierkuchen. Genau. Wobei Eierkuchen muss er nicht haben, aber Friede und Freude wäre man nicht schlecht. Mhm. Ja. Nee, hast du recht. Das ist eben der Name der Bulle oder der Brewe, mit der die Jesuiten damals in Wirkung gestellt wurden, von Antichrist Paul III. Und das ist natürlich auch gleichzeitig ihr Motto. Die Jesuiten verkörpern die Kirche im Krieg. Krieg, also wollten sie. Krieg, um jeden Preis mit den Andersgläubigen und um den Feldzug glücklich zu beendigen, sprachen sie natürlich die katholischen Fürsten Deutschlands, insbesondere das Haus Habsburg, welches Deutschland seine Kaiser gab, um seinen Beistand an. Ja, nicht bloß bitweise verlangten sie diesen Beistand, sondern sie nahmen ihn förmlich als ein ihnen zugehöriges Recht in Anspruch. Und wehe demjenigen, dem es in den Sinn auch nur kam, ihren Willen auch nur einigermaßen zu durchkreuzen. Wehe ihm, sage ich, denn ohne zu zaudern, weiten sie ihn dem Tode und griffen sofort zu Gift oder Dolch, wenn sie ihn nicht auf eine noch geräuschlosere Art aus der Welt schaffen oder durch Drohungen auf einen anderen Weg bringen konnten. Freilich, oft kam es nicht vor, dass ein deutscher katholischer Fürst oder gar ein Habsburger sich ihrem Gebaren ernstlich widersetzt hätte. Und sie kamen also nicht oft in die Lage, ihre Fürstenmordtheorie praktisch in Anwendung zu bringen. Umso weniger aber darf ich es verschweigen, dass einmal wenigstens einmal ein Mordversuch von ihnen gemacht wurde und zwar an einem Regenten Deutschlands, welcher noch zudem als einer der eifrigsten, untertänigsten und devotesten, also zugeweihtesten Beförderer des Jesuitismus bekannt ist. Dieser Regent war Leopold der Erste, welcher seinem Vater, den Kaiser Ferdinand III. im Jahre 1658 sowohl auf dem Kaisertron Deutschlands als auch in der Regierung der österreichischen Erblande nebst Ungarn und Böhmen folgte. Erzogen von den beiden Jesuiten Patribus Müller und Reithard hatte er von früher Jugend an eine blinde Verehrung des Ordens Jesu eingetrichtert bekommen. Und die Gottheit selbst schien ihm, wie sich ein Historiker über ihn ausdrückt, nicht so unfehlbar und fleckenlos als die Söhne Loyolas, denen er als sogenannter Affiliierter, das ist als weltlicher Verbündeter, angehörte. Mit so bigotter Anhänglichkeit nun aber auch der Kaiser Leopold an der Sozietät Jesu hing, so bewies ihm diese dagegen keineswegs dieselbe Liebe, sondern sie nützte ihn bloß aus, um ihre großen Zwecke durch ihn ins Werk zu setzen. Nun war, wie ich früher schon zeigte, der Hauptzweck des Ordens die Herstellung einer katholischen Universalmonarchie, in welcher der katholische respektive jesuitische Glaube allein das Dominium führen sollte. Und lange Zeit hofften sie, diese Monarchie durch das Haus Habsburg, welches sich seit Kaiser Karl V. in eine spanische und österreichische Linie abzweigte, herstellen zu können. Allein diese Hoffnung schlug fehl. Und weder Philipp II. von Spanien noch die Ferdinande von Österreich entsprachen dem auf ihre Fähigkeiten gesetzten Vertrauen. Im Gegenteil kamen Spanien wie Österreich unter jenem Regenten durch die immerwährenden Kriege, die sie führten, so tief herab, dass an ihr Wiedererstehen gar nicht gedacht werden konnte. Und somit richteten die Söhne Loyolas nunmehr ihre Blicke nach der dritten großen katholischen Macht Europas, nämlich nach Frankreich, welches nach Beendigung des Dreißigjährigen Krieges unter seinem jugendlichen Herrscher Ludwig XIV. anfing, das Prinzipat über alle übrigen Staaten und Reiche in Anspruch zu nehmen. Gewiss, er, der kräftige und geistig so hoch begabte Sonnenkönig Ludwig, war allein im Stande, die viel ersehnte Universalmonarchie zu gründen. Und darum wandten sich ihm von jetzt an die Söhne Loyolas mit unermüdlicher Hingebung zu, um durch ihre große Gewalt und Verbreitung seine hochfliegendsten Pläne zu fördern. Hieraus aber folgte mit Notwendigkeit, dass die Jesuiten, wenn die Interessen Frankreichs und Österreichs in Konflikt kamen, nicht für den Vorteil des Letzteren, sondern für den des Ersteren Staates wirkten. Und dass sie dann allem aufboten, um den Kaiser Leopold zur Nachgiebigkeit gegen Ludwig XIV. zu bewegen. Gewöhnlich folgte der längsame Leopold. Einmal jedoch, als die Söhne Loyolas von Ludwig XIV. aufgestackelt von ihm verlangten, dass er die den Ungarn garantierte und mit einem Eid zugeschworene verfassungsmäßige Religionsfreiheit zurücknehmen und die zahlreichen ungarischen Protestanten mit Gewalt zum Katholizismus zurückführen solle, da sprechen wir von den Hussiten in Böhmen, da wagte er einen ernstlichen Widerstand. Er wagte ihn, weil er, ohne sein ganzes Reich auf das Spiel zu setzen, nicht anders konnte. Denn wie hätte er unter den damaligen Umständen und zu der damaligen Zeit, anno 1670, all wo durch die Schrecknisse des 30-jährigen Krieges die österreichische Monarchie noch ganz erschöpfter niederlag, einer Revolution in Ungarn die Stirne bieten wollen. Über dem drohte nicht gerade in jenem Jahr ein Krieg von Seiten der Osmanen, so wie ein anderer gegen das deutsche Reich von Seiten des länderbegierigen Ludwigs XIV. und forderte also nicht der in Aussicht stehende Kampf mit zwei übermächtigen Feinden dringender als je die Bewahrung des inneren Friedens. Gewiss tat also Leopold der Erste nur das, was er seiner eigenen Existenz wegen tun musste, wenn er seinem Beichtvater, dem Pater Philipp Müller, sowie den übrigen damals in Wien so übermächtigen Söhnen Loyolas die Forderung, eben jetzt in diesem gefährlichen Momente die ungarischen Protestanten durch gewaltsame Entziehung ihrer Glaubensfreiheit zum Aufstand zu reizen, Rundweg abschlug. Allein das Interesse Ludwigs XIV., der sich wie schon gesagt mit einem Eroberungskrieg gegen das deutsche Reich schwanger trug, verlangte durchaus jenen ungarischen Aufstand, um durch denselben das Widerstandsvermögen Österreichs tüchtig zu schwächen. Und demgemäß drangen die Söhne Loyolas immer von Neuem in den Kaiser Leopold gegen die ungarischen Protestanten gewaltsam einzuschreiben. So, dann schauen wir mal eben, was hier oben bei der Fußnote geschrieben steht am Ende der Seite. Dort lesen wir diese. Also wir lesen hier über die Söhne Loyolas, die übermächtigen Söhne Loyolas. Die werden jetzt hier identifiziert vom Autoren. Als diese waren insbesondere der Pater Balthasar Müller, Beichtvater der Kaiserin Gemahlin und Pater Montekukuli, Beichtvater der Kaiserin Mutter und der Pater Richard, Beichtvater des kaiserlichen Feldherrn, des Herzogskarl von Lothringen, um ein paar Namen zu nennen hier. Dann fahren wir fort im Text, wo der Autor uns sagt, wie er aber trotz allem dem fest bei seiner Weigerung blieb, da beschlossen sie ihn ohne weiteres aus dem Weg zu räumen, damit die Regentschaft für den minderjährigen Thronerben der schwachen Kaiserin übertragen würde und diesen ihrem Beschluss brachten sie auch sofort zur Ausführung. Doch nein, dass ich es recht sage, zur vollständigen Ausführung brachten sie ihn nicht, weil die göttliche Vorsehung die Vollendung des Verbrechens nicht zuließ. Allein ihre Schuldhaftigkeit verringerte sich dadurch nicht um ein Jota. Die Sache verhielt sich nämlich so. Wollen wir eben das Bild hier verändern. Bevor wir jetzt da reingehen, wie die Sache sich genau verhält, meine lieben Brüder, die ihr hier zuhört, habt ihr vielleicht inzwischen irgendwo einen Kommentar oder eine Bemerkung im Moment? Ja, nicht nur eine. Willst du die jetzt machen oder aufheben fürs Ende? Eine kleine zwischendurch. Du hattest eben den Namen vorgelesen, wo du nichts mit anfangen konntest. Das war Jahel. Ah, ob. Jahel, ja, genau, ja. Ja, genau, genau. Das ist ein hebräischer Mädchenname und heißt übersetzt Bergziege. Ja, aber es ist also auf jeden Fall ein hebräischer Mädchenname. Gut. Ja, wird wohl in der Bibel stehen, in diesen Büchern von Samuel und Könige, aber das habe ich halt noch nicht durchgelesen. Von daher bin ich da nicht mit bekannt. Und dann stelle ich eher in Frage, ob ich diese Frakturschrift in dem Augenblick auch richtig lese. Genau wie mit Aob. War mir auch nicht bekannt. Aber das war deutlich ein A, O und B. Also muss der halt Aob hier heißen in diesem Buch. Aber ja, das passiert eben manchmal. Ich bin halt von einer anderen Generation. Ich habe Frakturschrift nicht gelernt. Ich habe mir das angeeignet durch diese Buchlesung. Ja. Es steht auf jeden Fall drin, dass es ein hebräischer Name ist. Ich vermute, dass es ein Mädchenname ist. 100% ist sicher, weiß ich es nicht. Okay. Gut. Also, wie verhielt sich denn jetzt die Sache? Im April 1670 wollte ein mailändischer Edelmann namens Josef Franz Borow, der von Warschau her kam, über Mähren und Ungarn nach Konstantinopel reisen. Also er fährt durch das Gebiet der Protestanten, der Hussiten. Weil er aber aus verschiedenen Gründen, er war ein geschickter Arzt, Chemiker und Naturkundiger mit sehr freien religiösen Ansichten, den Hass der Söhne Loyolas auf sich geladen hatte, so verfolgten ihn diese überall hin, wo er seinen Aufenthalt nahm, und brachten es schließlich durch Beihöfe des päpstlichen Nunzius zu Wege, dass ihn die österreichische Regierung als einen Schwarzkünstler und Ketzer, der bereits von der römischen Inquisition verurteilt sei, am 22. April des genannten Jahres zu Goldingen an der schlesischen Grenze verhaften und nach Wien bringen ließ. Auf dem Transport nach dieser Hauptstadt, diese ganze Darstellung ist gezogen aus Sammlung der politischen Schriften des Prinzen Eugène von Savoyen, erschienen in Stuttgart 1811 und 1821, wo man das Nähere im letzten Bande Seite 49 bis 1882 nachlesen kann. Soweit zu dem Punkt, dass Theodor Griesinger seine Schrift sehr gut dokumentiert, sein Buch sehr gut dokumentiert, mal wieder. Also auf dem Transport nach dieser Hauptstadt erfuhr der Verhaftete von dem ihm eskortierenden Rittmeister Scotty, Scotty Bimiab, dass Kaiser Leopold schon seit mehreren Monaten bedenklich erkrankt sei und dass durchaus keine Arzneien anschlagen wollten. Borough erkundigte sich nun nach den Symptomen der Krankheit und erklärte sofort, nachdem er diese vernommen, hier handele es sich unbezweifelt um eine Vergiftung. Wenn übrigens dem so sei, setzte er zugleich hinzu, so hoffe er mit Gottes Hilfe, den Kaiser retten zu können und er suche also seinen Geleitsmann, seine Majestät, sogleich nach der Ankunft in Wien von diesem Zwiegespräch zu unterrichten. Dieser Weisung folgend verfügte sich der Rittmeister Scotty, nachdem er die Hauptstadt am Mittag des 28. April erreicht und seinen Gefangenen sicher untergebracht hat, also bald in die Hofburg und verlangte eine geheime Audienz beim Kaiser, in dem er äußerst Wichtiges vorzutragen habe. Er erhielt diese Audienz und das Resultat derselben war, dass die Majestät befahl, den Ritter Borough noch am nämlichen Abend, also am selben Abend, aber erst nach Einbruch der Nacht und heimlich in die Burg zu bringen. Natürlich, denn wie hätte es ein so bigotter Monarch wie Leopold war, wagen können, einen der Ketzerei angeklagten von den Jesuiten verfolgten Mann, selbst wenn er der geschickteste Arzt gewesen wäre, offen und bei Tage zu empfangen? Ja, sogar der heimliche und nächtliche Empfang machte ihm Gewissensgrubel. Und er befragte daher den Ritter erst dann über die Krankheit, die ihn befallen, nachdem er vorher ein Examen über seine Rechtgläubigkeit mit ihm angestellt und da so ziemlich alles in Ordnung gefunden hatte. Borough untersuchte nun den Kaiser und fand ihn total abgezehrt und erschlafft, sowie von immerwährenden Beengungen heimgesucht und von einem unauslöslichen Durst geplant. Darauf widmete er seine Aufmerksamkeit dem Zimmer und entdeckte da, dass die zwei auf dem Tisch brennenden Wachskerzen eine ganz sonderbare, rotglühende und heftig spritzige Flamme zeigten, aus welcher ein feiner weißer Dunst, der an der Decke des Gemachs schon einen ziemlich starken Absatz angelegt hatte, aufwirbelte. Zitat Die Luft dieses Zimmers ist vergiftet, sagt er jetzt, Und das Gift entströmt den brennenden Wachskerzen. Ende Zitat Zum Beweis dessen wurden sofort auf sein Begehr die im anstoßenden Gemache der Kaiserin brennenden Wachskerzen herbeigeholt und siehe da, diese brannten weiß und steht, ohne Dunst und Gespritzer. Nachdem man soweit war, befahl der Kaiser seinen Leibarzt in aller Stille herbeizubringen und zugleich musste der ganze Vorrat für den kaiserlichen Gebrauch bestimmten Wachskerzen ins Zimmer geschafft werden. Derselbe betrug noch etwas über 30 Pfund, hatte aber ursprünglich wohl mehr als das Doppelte betragen, da man schon seit Anfang Februar nur immer diese Sorte von Kerzen für das Kaisers Gemach im Gebrauche hatte. Nun untersuchte man die Lichter näher und das Erste, was sich zeigte, war, dass jedes derselben oben und unten mit einem vergoldeten Kränzchen eingefasst sei, ohne Zweifel, um Verwechslungen vorzubeugen. Darauf löste man alles Wachs sorgfältig von den Dochten ab und unterwarf zuerst das Wachs einer sorgfältigen Prüfung. Doch zeigte sich hier nichts Verdächtiges und beide Ärzte erklärten das Wachs für rein. Endlich aber, wie man zuletzt auch die Dochte untersuchte, fand es sich aus, dass der Ritter Burro ganz recht hatte, wenn er von einer Vergiftung sprach, denn die sämtlichen Dochte waren mit einer Auflösung von Arsenik getränkt und erst, wenn sich diese ganz eingesogen hatte, mit dem Wachse übergossen worden. Auch hatte man den Arsenik nicht gespart, indem, wie eine weitere Untersuchung ergab, das vorhandene Wachs, nur 28, die in den Dochten enthaltene Arsenikmasse, aber nicht weniger als 2 und 3 Viertel Pfund wog. Also genug, um die Luft durch den Verbrennungsprozess so zu vergiften, dass der Kaiser bei noch längerer Einatmung derselben in wenigen Wochen hätte versiechen müssen. Um übrigens ganz sicher zu gehen, brachte man einem Hunde, den man schnellstens herbeiholte, einige Stückchen fein durchschnittenen Dochts im Fleisch eingewickelt bei und siehe da, er verendete schon nach einer Stunde unter den fürchterlichsten Schmerzen. Ich kann nicht umhin, hier eine kurze Bemerkung zu machen. Damals haben sie den Kaiser versucht zu vergiften mit Dochten, die in Arsen getränkt waren. Heute vergiften sie alle Menschen in der Europäischen Union durch diese Energiesparlampen, die konstant Quecksilber ausdampfen und uns überall vergiften. Und die Leute sind so blöd und glauben die mehr von ja, die Glühbirnen sind schlecht, weil die geben neben Licht auch Wärme. Oh, ist ja furchtbar, Wärme. Und ey, noch viel schlimmer, die geben Licht, das unserem natürlichen Licht am nächsten kommt. Das Licht der Glühbirne ist ein Licht, das uns Menschen, dafür, dass es künstliches Licht ist, gut tut. All diese Lampen, die wir heute haben, sind schlecht für unsere Augen und unsere gesamte Gesundheit. Hier vergiften sie den König mit Dochten, die in Arsen getränkt sind und heute vergiften sie ganze Völker mit Quecksilberdämpfen aus Energiesparlampen. Die Mittel sind dieselben. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Aber wir lesen kurz noch das Ende dieser Geschichte. Natürlich bezog jetzt der Kaiser, fährt der Auto fort, nachdem er sich von dem Versuch, ihn zu vergiften, hinlänglich überzeugt, noch in derselbigen Nacht ein anderes Zimmer und übergab sich den Händen seines Lebensritters der ihn auch richtig in wenigen Monaten wieder vollständig kurierte. Zugleich aber befahl seine Majestät, sofort nachzusehen, wer der Lieferant der vergifteten Wachskerzen gewesen sei und denselben in aller Heimlichkeit gebunden auf die Burg zu liefern. Doch was ergab sich jetzt? Der Lieferant war kein anderer als der Pater Prokurator der Jesuiten zu Wien und der Vergiftungsversuch ging also von niemandem geringeren als von der Sozietät Jesu aus. Dem Kaiser, der bisher die Söhne Loyolas so außerordentlich begünstigt hatte, fuhr ein Jährschmerz durch die Glieder. Von einer noch größeren Angst aber wurden die frommen Herren Patras befallen, denn sie vermeinten im Anfang, nun werde das Ende ihrer Tage am Wiener Hofe gekommen sein. Doch fassen sie sich augenblicklich wieder und in der nächsten Stunde schon hatte ihre Schlauheit einen Plan entworfen, der, wenn er gelang, ihnen ihre Herrschaft bei Hause Österreich von Neuem sichern musste. Die Vornehmsten unter ihnen begaben sich nämlich gleich den anderen Morgen in die Hofburg, um eine Privataudienz beim Kaiser zu begehren und in dieser gratulierten sie den Monarchen in den ausschweifendsten Ausdrücken der Freude zu seiner Errettung vom gewissen Tode. Natürlich aber unterließen sie es dabei nicht dem Pater Prokurator, der leider ein Glied ihres Ordens sei, für einen niederträchtigen Halunken, für einen Ausbund eines Schurken zu erklären, welcher nicht wert sei, mehr von Gottes Sonne beschienen zu werden und den sie daher sogleich schwer gefesselt nach Rom zu ihrem General geschickt hätten, damit er ihnen so Strafe wie ein Missetäter solch grässlicher Art es verdiene. Allein setzen sie mit Tränen und erstickten Zimmeln zu. Allein was kann die ehrwürdige Gesellschaft Jesu, dieser Pfeiler der Throne, diese um Staat und Kirche so hoch verdiente Verbrüderung dafür, dass ein Unwürdiger sich in ihre heilige Mitte stahl und wäre es wohl christlich oder auch nur billig, das Verbrechen eines einzigen Ruchlosen an der frommen Gesamtheit zu ahnden, besonders wenn diese Gesamtheit ihren Abscheu gegen solche Taten der Finsternis durch exemplarische Bestrafung des Schuldigen zu Tode tagelegt. So sprachen die Wortführer der Söhne Loyolas und der gute Kaiser Leopold in seiner Devotion, also Hingegebenheit und seiner geistigen Beschränktheit schenkte ihnen Glauben. So wie die Menschheit heute den jesuitischen Lügen Glauben schenkt, dass 18 Handtuch Turban tragende Kamel Jockeys in 2001 zwei Flugzeuge in die Türme von New York Lenken und zum Einsturz brachten. Genau dieselbe geistige Beschränktheit umfasst heute die ganze Menschheit. Der Kaiser schenkte ihnen Glauben, weil er nicht wusste, dass im Jesuitenorden sein Glied auf eigene Faust, auf eigenen Antrieb und ohne Befehl seiner Oberen handelte, also dass kein Glied auf eigene Faust, eigenen Antrieb ohne Befehl der Oberen handelte, ja, monolithische Verschwörung, wir erinnern uns an die Erklärung, die ich gebracht hatte davon, sondern dass vielmehr die ganze Maschinerie ganz allein vom General zu Rom in Bewegung gesetzt wurde, dem die übrigen als willenlose Werkzeuge gehorchten. Er schenkte ihnen Glauben und fragte nicht einmal danach, welche Strafe dem meuchelmörderischen Pater Prokurator zuteil geworden sei, wie wohl es ihm nichts genützt hätte, wenn er auch gefragt haben würde, denn um irgendeine lügenhafte Antwort waren bekanntlich die frommen Patres im schwarzen Gewande nie verlegen. So kamen die Söhne Loyolas nicht bloß ungestraft davon, sondern sie behielten vielmehr ihren bisherigen Einfluss am Hofe in seiner ganzen Ausdehnung bei. Ja, sie setzten es sogar gleich darauf durch, dass den Ungarn ihre Religionsfreiheit ohne weiteres mit Gewalt entzogen wurde und so erreichten sie, weil jenes Volk nunmehr revoltierte, schließlich doch noch ihren Zweck. Jenen Zweck nämlich, wegen dessen sie ihren hohen Gönner den Kaiser Leopold mit Gift hatten aus dem Wege räumen wollen. Auch behaupteten sie ihren fast allmächtigen Einfluss auf den genannten Kaiser, während dessen ganze Regierungszeit und dieser Einfluss blieb selbst unter seinem Nachfolger stabil. Wiewohl nämlich unmittelbar nach seinem Tode unter seinem Erstgeborenen dem Kaiser Josef I. von 1705 bis 1711 eine kurze Pause eintrat, während der sie die Hörner etwas einziehen mussten, so gewannen sie sich dagegen in dessen Bruder und Nachfolger dem Kaiser Karl VI. abermals einen großartigen Gönner. Und dass Karls Tochter und Erben die Kaiserin Maria Theresia, eine devote Dame, wie es wenige gab, sich ohnehin fast gänzlich von ihnen leiten ließ, ist eine aus der Geschichte nur allzu sehr bekannte Tatsache. Somit hatten die Synaliolas keinen Grund, ihre teuflische Lehre vom Fürstenmord noch öfter in Deutschland in Anwendung zu bringen und ich gehe daher zu ihrem Gebaren in andere Herren Länder zunächst in dem Königreich England über. Dort werden wir nächstes Mal fortfahren in dem zweiten Kapitel des sechsten Buches hier, das heißt die Pulververschwörung in England, die politisch jesuitischen Umtriebe da selbst. Die Pulververschwörung von England, der Babington-Plot davor und der Anfall der spanischen Armada unter Königin Elisabeth 1588. Das sind drei der jesuitischen Aktionen aus England im 17. und 18. Jahrhundert. 16. und 17. Jahrhundert, so ist richtig. So, und damit bringe ich nach etwas über einer Stunde unsere Lesung für heute zum Schluss. Und da ich ja weiß, dass Michael schon mit der Hufe scharrt, um uns seinen abschließenden Kommentar mitzuteilen, möchte ich für heute das letzte Wort meinen beiden Brüdern, erst Michael und dann Viktor erteilen. Ich nehme hier bereits Abschied und wenn Viktor sagt, dass er mit seinem Kommentar vorbei ist, dann werde ich das Video abschließen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ihr davon der Lesung genauso genossen habt wie ich. Ich habe wie gesagt nur knapp zwei Seiten vorbereitet, der Rest war auch für mich neu. Es hat Vielen Dank für die Erteilung des Wortes. Ich hatte eingangs auf Sex and Crime so ein bisschen gehofft. Crime hatten wir jetzt genug. Jetzt kommen wir mal zur anderen Seite, würde ich sagen. Ich habe nämlich mal die Begriffe eingegeben in der Zwischenzeit bei Google einfach Sex, Crime und Jesuits oder Jesuiten. Und sieh da, sieh da, sieh da. Ich könnte ja jetzt mal meinen Schirm teilen und könnte ja mal sagen, guckt euch das mal an, was ich da gefunden habe. Denn es gibt mal wieder einen großen Unterschied zwischen Deutschland, zwischen Deutschland, zwischen deutschem Wikipedia und zwischen dem englischen Wikipedia. Und wenn man meint, mit der Griesinger Lesung, das wäre ja alles schon so lange her, das war im Mittelalter und Altdeutsch und steht jetzt hier, dass da im Untersuchungsbericht im Mai 2010 eine Anzahl von mindestens 205 Opfern, die in Einrichtungen der Jesuiten körperlich misshandelt oder sexuell missbraucht worden sind, unter anderem am Canisius-Kolleg Berlin, am Colleg St. Blasien, an der St. Ansgar Schule in Hamburg und am Aloisius-Kolleg in Bonn Bad Godesberg. Das ist allerdings auch der einzige der zwei Sätze oder drei Sätze, die jetzt hier in dem deutschen Wikipedia stehen. Und man muss dabei bedenken, dass ja die Jesuitenschulen als Elite-Schulen gelten. Das heißt, mit besonders guter Bildung und besonders herausragenden Lehrkörpern. Und diese besonders herausragenden Lehrkörpern hat man anscheinend jetzt ein bisschen zu sehr physisch verstanden. Und deswegen gehe ich mal eben ganz kurz auf die Wikipedia-Seite in Englisch, die da heißt Sexual Abuse Scandal in the Society of Jesus. Und da haben wir hier einen etwas ausgefeilteren Bericht über das Canisius-Kolleg in Berlin, wo dann halt jetzt, wenn ich es in Deutsch mal eben eins zu eins übersetze, steht, in 2004, 2005 berichteten zwei frühere Studenten der Schule von dem Headmaster of this Jesuit School, also von dem Direktor der Jesuitenschule. Nein, jetzt kriege ich schon deine Fehlermeldung hier auf meinem Computer, dass sie halt sexuell vergewaltigt oder sexuell missbraucht worden sind von ihren zwei früheren Schülern. Und dann haben noch andere Jungen da halt den Direktor kontaktiert und dasselbe behauptet und so weiter und so fort. Aber das Ganze ist dann letzten Endes dann weiter eskaliert und weiter hat sich dann immer mehr dazu gestellt. Aber dann kommt nämlich hier der total tolle Satz, der dann heißt In most cases the statue of limitations has passed. Also die Verjährungsfrist war überschritten. So, ich habe das jetzt nur rausgesucht. Dieser Artikel fand ich sehr interessant, weil es mir eigentlich jetzt mal eindeuchtet, dass wir vielleicht auch mal eben so den Bogen schlagen müssen zur heutigen Zeit, bevor halt die Zuhörer und Zuschauer meinen, dass wir jetzt irgendwelche olle Kamellen, wie wir hier am Niederrhein sagen, verteilen und dann letzten Endes dann irgendwelche Dinge sagen, die halt mal früher passiert sind, weil die Leute früher, die Lehrkörper früher vielleicht auch da mehr Gewalt hatten und auch noch die Prügelstrafe und, 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 und. Wie man sieht, 2004, 2005, selbst wenn es 20 Jahre oder 30 Jahre her ist, es ist im 20. Jahrhundert, es hat sich nichts geändert, es gibt nichts Neues unter der Sonne und das wollte ich unbedingt mal mit euch teilen. Das war mein Schlusswort. Im 21. Jahrhundert, ja. Ja gut, aber wie gesagt, wenn die Verjährungsfrist überschritten ist, dann waren wahrscheinlich die Fälle noch im 20. Jahrhundert. Ja, die Fälle, ja, aber die Fälle gibt es ja heute noch genauso, das lernen wir ja auch in meiner Lesung über den systematischen Kindesmissbrauch der römisch-katholischen Kirche, da lernen wir ja auch, dass das aktuell, 2018, auch noch so ist. Ja, aber ich finde es halt einfach bedeutsam, für mich ist es ein schöner Sprung, dass wir halt einfach mal durch die Zeiten galoppieren, zum einen. Absolut. So a la Marty McFly, Back to the Future und zum zweiten ist es doch so, dass wir einfach sehen, guck mal da, es ändert sich einfach nichts daran, wer Macht hat, missbraucht sie und wir haben damit ja auch dann letzten Endes den Bogen gespannt zu der aktuellen Situation, wo es in der römisch-katholischen Kirche und auch mit den Lesungen, die du auf deinem Kanal, ja auch weiterführst, dass es da halt letzten Endes eine Sache ist, die sich über alle Jahrtausende und Jahrzehnte, jetzt Jahrhunderte auch hinstreckt und das wollte ich einfach damit mal bereit mal hier ein bisschen veröffentlicht machen, ein bisschen öffentlicher machen, vor allen Dingen, was mich dann letzten Endes jetzt hier wieder so ein bisschen Moralien sauer macht, ist die Tatsache, dass es wieder über das Ausland mehr Informationen gibt als über unsere inländische sogenannte freie Presse. Also nichts Neues unter der Sonne. Nichts Neues unter der Sonne, genau. Und wie man so schön sagt, Michael, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Mhm. So, jetzt kannst du deinen Schirmteilen ausstellen, dann kann ich den Victor damit wieder reinnehmen und dann kann der unseren Schirm noch sehen zum Ende. Dankeschön. Dann teile ich meinen Schirm nochmal und dann hat jetzt halt unser Bruder Victor das letzte Wort. Danke, Michael, für deine wichtigen Worte. Victor, bitte. Ja, danke. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal anschließen an die Worte von Michael. Auf jeden Fall, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ich fand es auch sehr interessant, auch heute in der Lesung, wie der Griesinger auch nochmal jetzt beschreibt, wie auch du in der Lesung, ich denke, ganz gut nochmal hervorgehoben hast, auch anhand nochmal des Schwurs der Jesuiten, dass es legitimiert ist, heretische und ketzerische Könige zu beseitigen und ja, ich bin gespannt. Sicherlich, das Gunpowder-Plot ist vielleicht den einen oder anderen auch schon ein Stichwort, deswegen, ja, für diejenigen, die sich damit noch nicht so auskennen, auf jeden Fall das nächste Mal wieder dabei sein, weil da gehen wir dann, oder da geht der Griesinger in dem nächsten Kapitel, denke ich, da auch ein bisschen noch tiefer drauf ein und das zeigt dann auch uns nochmal ganz gut, ja, jetzt zum einen natürlich, das ist jetzt der Fall in Deutschland gewesen, wie man da angefangen hat, da die, diese Königsmord oder die Fürsten zu beseitigen und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, freue mich drauf und sage an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020